Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zur virtuellen Townhall mit unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Rahmen der Initiative Zusammen gegen Corona. Heute geht es vor allen Dingen um Ihre Fragen rund um die Corona-Schutzimpfung. Wir brauchen Vertrauen, das ist das Wichtigste, was wir haben in dieser Pandemie. Zunächst mal ist ja der ganze Impfakt ein großer Akt, auch der Solidarität. Der Impfstoff ist der entscheidende Game Changer. Eine Impfung hilft und schützt und dafür sorgen ja die umfangreichen Tests, die durchgeführt werden. Priorisierung ist der erste Teil, warum wir am Anfang Impfzentrum brauchen und der zweite, gerade bei Biontech, die Logistik und Lagerung bei minus 70 Grad. Wir möchten gerne mindestens noch einmal so eine Veranstaltung wie diese machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.